Bei der Artenaufgabe wird ein kleines Haus betrachtet, eine nach gegebenen Außenfläche. Ferienschale habe ich hier geschrieben. Die Fläche, die das Haus haben soll, die Außenfläche, soll 156 Quadratmeter sein. Wir haben außen eine Temperatur von 5 Grad Celsius. Und im Inneren soll geheizt werden auf 20 Grad Celsius. Wir wissen, dass in so einer Situation das Haus ja nicht vollständig isoliert ist, sondern es fließt immer ein bisschen Wärme ab, vom heißen zum kalten Medium. Und wie viel rausfließt, hängt mal von der Temperaturdifferenz ab. Also wie viel Wärmemenge rausfließt, hängt von der Temperaturdifferenz ab und auch von diesem Wärmewiderstand oder, wenn man es schöner sagen will, vom K-Wert. Das, was rausfließt, muss nachgeliefert werden vom Ofen. Der Ofen, das wissen wir, das steht hier, hat 3,5 Kilowatt Wärmeleistung, die er ins Haus reinbringt. Also das, was er da oben da hinein stecken muss, um die Temperatur von 20 Grad konstant zu halten, das ist das Gleiche, was auch da wieder abfließt. Wir können jetzt diese Formel für den K-Wert uns rasch anschauen. Die Wärmeleistung, die da rausfließt, ist ja der K-Wert, mal die Fläche, durch die die Wärme strömt, mal die Temperaturdifferenz. Das ist die Leistung, eigentlich die 3,5 Kilowatt, die durch die Fläche von 156 Quadratmeter, beides, dass die Temperaturdifferenz von 15 Grad abfließt. Gesucht ist das K, K kann man ausrechnen jetzt, P durch A mal Delta T, 3,5 Kilowatt, also 1000 Watt, durch 156 Quadratmeter, 15 Grad Celsius. Das gibt ein K-Wert von 1,5 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Immer daran denken, der K-Wert hat auch eine Einheit.